Damit macht Aufstehen richtig Spaß. Dank dieser Designer-Wetterstation werden Sie pünktlich geweckt und wissen sofort, ob draußen Pullover oder T-Shirt-Wetter herrscht. Nicht jeder Wetterfrosch ist grün und glitschig. Dieser kommt im aufregenden Klavierlack-Design mit Soft-Touch-Tasten und silberner Abschlusskante daher. Dank Batteriebetrieb und kompakter Maße passt die Wetterstation auf jeden Nachttisch und locker ins Reisegepäck. Alles auf einen Blick. Die Station zeigt Uhrzeit, Datum und Wochentag an. Außerdem misst sie zuverlässig Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Auf Grundlage dieser beiden Werte errechnet Ihr neuer Wetterfrosch sogar eine Vorhersage, die im Display mit verschiedenen Symbolen angezeigt wird. Falls Sie zum Aufstehen mehrere Anläufe benötigen, schickt Sie der Wecker mit Schlummerfunktion nochmal für einige Minuten ins Reich der Träume. Ein Wetterfrosch der ganz besonderen Art. Bestellen Sie jetzt und gehen Sie morgens immer pünktlich und nie mehr mit der falschen Kleidung aus dem Haus. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017